hallöchen freunde und willkommen zu einer neuen folge von insurgency die letzte folge noch mal auf der karte siege im skirmish modus bin mal gespannt wie es heute läuft bin leider immer noch krank weil ich in derselben aufnahmesession bin deswegen wird auch die letzte folge für die aufnahmesession heute sein weil es ist gerade echt einfach anstrengend aufzunehmen da geht es schon los nix getroffen jetzt ganz vorsichtig da läuft jemand habe ich gesehen habe ich perfekt wusste gar nicht dass man mit c spotten kann da habe ich jetzt aus versehen zufällig drauf gedrückt wollte ich eigentlich gar nicht links stand ja einer deswegen glaube ich jetzt mal hier scheiße den habe ich nicht erwischt ich habe nur so ein ganz minimum sekunde habe ich so einen ganz kleinen schemen gesehen habe ich gedacht stück mal c vielleicht gibt es ja damit aber das interessiert die kein stück dass ich jemanden gespottet habe aber gut ist ihr problem wäre sowieso ganz cool wenn wir uns 1 zurückfallen lassen müssten also einen punkt da wäre es auch ein bisschen interessanter die runde scheiße links im vorraum kann auch aus dem augenwinkel gesehen rauchgranate weg und die normale mitnehmen aber der spawntimer ist hier viel zu lang finde ich teilweise 20 sekunden teilweise sogar noch länger macht bei so wenigen spieler nicht so viel sinn wie ich finde ja ich weiß ich mache den leider mal aus sonst müsste ich den ton für den west auch noch abmischen und da habe ich ehrlich gesagt nicht so lust hoffe dass die granate richtig geflogen ist die ist richtig geflogen und zwar perfekt hier in den raum rein scheiße ich glaube ich habe den falschen feuer modus gerade drauf gehabt weil automatisch vorher ging irgendwie gerade nicht respekt schöner schuss zwei auf einmal erlegt sehr gut der ist gut der junge der johann war das ich glaube die runde werden wir wieder für uns entscheiden so wie das läuft gerade unser zweitbester spieler hat gerade das spiel verlassen was schade komm kollege lasst mich mal bitte durch nein oh shit raus 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 sorry hatte ich beinahe auf ein kollege von uns nee ich habe ihn sogar attackiert scheiße gut geschossen ich nehme jetzt mal eine andere waffe und zwar nehme ich jetzt mal die galil er hat ein bisschen mehr bums wenn man damit was trifft dann trifft man es auch da hat man dann nämlich aber zusätzlich noch eine blendgranate ziemlich schlau dann ich weiß nicht wer die wer die granete geworfen hat aber es war ziemlich schlau die dahin zu machen kommen wir kommen die kriegen jetzt auf jeden fall erstmal geflasht nicht rein gehen so grad so habe ich nicht gesehen die das gesehen anscheinend von vorne links ob da nix gesehen gerade nein scheiße hätte er sich im moment waren anders hingelegt hätte entkriegen können naja gut jetzt mal bei punkt 2 die folge wird also wohl ein bisschen spannender als die letzte muss jetzt mal kurz gucken wo ich hingehe das ist natürlich blöd jetzt das ist das haus wir vorhin angefangen haben na gut wir brauchen hier nicht drei leute in dem gang drin das ist ja quatsch was die da machen den gang kannst du eigentlich gut alleine verteidigen habe ich denn hier ist doch ganz hübsch hier habe ich einen guten überblick hätte jetzt gern noch zwei bein das wir super scheiße da machen wir einfach mal die granate hin habe ich aber nichts mit getroffen das war ein sniper schuss hört sich aber angehört aus einem m1 karabiner da oben war gerade wahrscheinlich bin ich jetzt gleich tot ist ziemlich ruhig zu ruhig ich habe gesehen aber hat nicht getroffen ich habe mich schon gewundert her was ist so komischer schein auf meinem gesicht aber es waren laser pointer definitiv laser pointer kann überlegen ob ich die waffen noch mal wechseln oder was war ich könnte auch mal kurz als sniper auftauchen für nächste runde mit namosin das wird bestimmt lustig ach nee geht jetzt schon perfekt kurz orientieren wo muss ich hin hier ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll doch hier ist es sinnvoll ich dann ein gescheites schussfeld krieg da geht es ab drüben da habe ich was gesehen aus dem augenwinkel scheiße oh man ich glaube da nehme ich lieber die sks das ist sinnvoller glaube ich da kann ich wenigstens auch mal kurz drauf halten sozusagen und schon wieder 19 sekunden spawnzeit das ist doch lächerlich ich glaube ich werde aber jetzt mal kurz das team wechseln geht aber nicht weil die sind gerade viel weniger ich gehe jetzt mal außen rum ich weiß gar nicht ob von da einer kommen kann aber ich nehme jetzt mal das risiko so jetzt habe ich hier ganz gut eigentlich die straße im blick den habe ich nicht erwischt aber zack und der letzte schuss war von mir kopfschuss perfekt war doch ganz gut eigentlich die runde ich hoffe dass jetzt direkt noch eine hinten dran gehängt wird ich habe keine lust noch mal in den ladebildschirm zu gehen ja perfekt und es werden immer weniger spieler leider gut aber wir haben jetzt auch erst vormittag ist jetzt nicht unbedingt so die typische zockerzeit zwei granaten mitgenommen jetzt direkt mal auf die seite guck mal ob ich mir ein schönes stückchen land hier selbst erobern kann bisschen blöd mit den grafik fehlern da das flackert dann immer so da denke ich da ist eine bewegung schon jetzt hat steht da muss ich hin kümmert sich anscheinend keiner drum ich habe nur eine war wobei nur eine pistole ne stimmt gar nicht habe ja auch noch eine granate dabei aber ich habe ich verdammt der hatte ich aber auch irgendjemand erwischt ja gut aber dann wohl verloren ne war zu erwarten viel viel spaß mit der granate scheiße habe ich nicht in den raum getroffen 1 2 3 nein die war zu weit nach hinten und 30 sekunden warten also irgendwann ist auch mal gut ich wechsel jetzt noch mal die klasse glaube ich genau ich mach mal ein sepper mit der schotty ich schätze mal das jetzt vermehrt über rechts kommen weil ich glaube da denken sie jetzt hätten sich da irgendwie eine bresche geschlagen könnte ich mir zumindest vorstellen dass so läuft aber man weiß dass sie wirklich sind ja keine organisierten teams also hier spielt ja jeder die werden sich nicht gut organisieren da habe ich aber schon was gesehen da ist einer ganz genau gesehen ach der ist schon tot wie ging das denn ist egal kann ich aber gemütlich vorrücken wenn da jetzt keiner rechts im raum steht ist alles gut so habe ich jetzt warte hier mal einen moment komm schon zeigt sich einer wenn es halt einer direkt von links einer kommt dann werde ich wahrscheinlich zu spät abdrücken dass die reaktionszeit einfach zu kurz die ich hätte ich gehe mal ein stück vor habe ich perfekt scheiß und da habe ich nicht gesehen woher kam auch ungewöhnlich dass hier jetzt einer mit dem scharfschützengewehr in dem gang drin steht aber wenigstens war es schlauen hat scope weggenommen kann ich gerade was an meinen waffen ein bisschen verändern nichts was sinn machen würde ich bin jetzt halt komplett auf nahkampf ausgelegt deswegen werde ich da jetzt wieder hingehen wo ich eben war wobei wird man nicht geht hier wo war das 35 sekunden ist mit ihr immer länger naja leute ich glaube da habe ich jetzt keine lust drauf zu warten das zieht die folge nur unnötigen die länge ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder macht's gut vielen dank fürs zuschauen bis denn tschüssi bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal